Na denn, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge VRising und wir können jetzt einfach mal in Ordnung und vielleicht finden wir ja die ein oder andere Höhle, die wir erkunden werden. Ich werde auch eine Tür aufverlauen. Ich habe mich schon wieder verfahren. Es ist schon wieder so weit. Auf die kurze Strecke hast du verlaufen? Nein, ich bin in einem Baum hingefahren. Ah tatsächlich, ja? Zum bedrehten F halten? Ja. Ja stimmt. Da ist gar nichts los. Mit am besten Naufi. So. Hüpf. Boah, da muss ich mir langfliegen. Aha, da kommst du es. Was ist denn jetzt? Hä? Hä? Ich siehs nicht. Wow, wir sind voll wie unten. Ah ja. Also das ist so... Das ist einfach auch ein Portal, wo du quasi schneller bist. Ja. Und jetzt sind wir wieder oben, oder? Ja. Aber das gilt nicht als teleportieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich, das ist gut möglich, ja? Könnte man da wenigstens ein Bazar transportieren. Aha. Ich weiß nicht, wo man was transportieren muss. Ich hab mir das noch früher gewusst. Ja. Aber genau über uns ist der Eingang zu dem Mittelding, wo ich nicht was... Ist das denn Eingang? Ich glaub schon. Weil auf der Karte geht's danach ja nicht weiter. Weil der erste Teil schaut schon danach aus. Aber... Ah moll, da ist ja nochmal stärker, ja? Oh, und ich bin schon wieder hin gerannt in einem Baum. Aber da geht's danach nicht weiter. Also ich glaub, das ist vielleicht einfach nicht zu... reich. Ah ja. Oder man braucht irgendwas zum... weg sprengen. Genau. Und das kriegen wir bald. Ah, okay. Ah ja. Mit dem Pferd zöre ich dir aber auf der Pferdenrennbahn sauber ab, gell? Das kann ich dir sagen. Mann. Du lagst. Wenn du kurz da bliebst, blieb ich eine Sekunde später aus der Straße. Ah, ich bin in der Fett-Inste an ihn. Oh, oh, was ist das? Ah, ein Anhänger. Aber Amenthist haben wir, glaube ich, schon. Jetzt musst du nicht mein Pferd nicht klauen. Und dir jetzt mein Pferd ... Ah, nein. Nur weg. Umraucht. Oh, die Spinne ist eh in die Richtung da irgendwo. Ah, ja, meine ist ganz woanders. Meine ist nicht woanders hinter dir. Nach oben wär wieder was zum Parken. Eine zehnte Base. Ah, na die ... Dem ist sogar in dem kleinen Ding da, glaube ich, oben. Hä? Ah, na. Da. Oh, da kommen dann die ... Ah. Boah. Ah, na, wir müssen da an der anderen vorbei. Und dann über ... Ja. Da ist schon wieder weggerannt. Die treffen doch eh nix. Hast du da markiert da oben? Ja. Ja, einfach mal in die Richtung. Ach so. Du bist schon mal ... Einmal, wir sind gemeinsam, da haben wir mal g'si. Kann mich erinnern. Weil da oben dann halt ein Teil ist, wo wir ihn nicht angeschaut haben. Ja. Das kann gut sein, ja. Also hohe ich auf meiner Karte hinten den entdeckt. Ja, aber Beschilderung. Ja. Ja. Überraschung, es steht nichts da oben. Haha. Nicht sehr detailreich, das Spiel. Enttäuschend. Haha. Du sollst rubschauen. In die Richtung zu fetten Spinnen, oder was? Ja. Ja, komm ich. Mach. Oh, servus. Bist du einem auch klar? Da hört du wen schon in der Kopf habe ich's. Oha. Da rechts vorbei. Irgendwie. Geht's einfach dir nach zum Ritten? Ja. Ah nein, das ist normaler Quarz, gell. Aha. Ist das so ein Sumpfgebiet da oben? Da wird dann irgendwo die Kröte sehen wahrscheinlich. Ah, das kannst du ja. Ah, das ist jetzt überhaupt so sumpf. Das ist schon ziemlich traurig einfach nur. Da ist mal Gloomgrave bei mir da direkt. Ich glaube da oben ist ja irgendwo die Spinne, weil... Ach ja. Das kann schon aussehen. Oh, da ist... Da ist ein Wehrwolf. Oh ja, den hab ich letztes Mal auch schon gesehen. 62. Und dann könnte man so ein Joe einfach mal... Es ist ein einzelner Wehrwolf, also ein netter Wehrwolf-Hauptmann. Ja, ja, ja. Und wir können da schon mal hineinhalten. Was ist das gewesen? Ah, in dem Gebäude und da halt auch ihre Abteilung. Ah, da sind aber ein paar... Achso, okay. Ich hab die abgeschossen. Aha. Ah, weil Tag ist. Nicht, sonst haben sich alle Menschen verwandelt. War nice. Ah, cool. Was für ein Zufall. Oh, 84. Ja, okay, 84 Arbeiter. Aber die sind Dorfbewohner, die sind Arbeiter. Spielen wie der Werwölf eigentlich? Wird denn nur woanders von denen zum Werwölf? Nein, die werden alle gebrochen. Achso. Ah, was haben wir denn da? Uh. Der wird geplündert. Ah, irgendein Kraut. Das haben wir schon. Blauerlilien-Samen haben wir ja schon. Das kann man auch immer brauchen. Das stimmt. Und leider nicht viel da. Das kann man auch immer brauchen. Das stimmt. Und leider nicht viel da. Sondern oder so. Aber haben wir ja. Geh nicht. Das ist, dass er sich drum zurück verwandelt hat. Achso. Aha. Wer warst du da? Das war es nicht. Ja, die haben wir jetzt wohl in dem Fall schon ausgelöscht. Da ist einer. Wilfried, der Dorfälteste. Level 43. Ich werde sogar von meinem Herrscher zurückgefallen. Huah. Huah. Boah, der war so stark. Hö, tschüss. Da ist wohl von jemandem der PC abgestürzt. Da ist wohl von jemandem der PC abgestürzt. Ich habe ihn wohl nicht meinstürz. Dann bin ich nicht. Ich habe ihn noch nicht. Ich habe ihn wieder in den probe. Ich bin ja. Wie kann es das machen? Ich bin. Es geht nicht. Ich bin. Es geht halt. Oh, ein Problem an den Troubles, in den Troubles, ja, ja, hallo. Rettungsmission. Rettungsmission. Nope. Okay. Hallo. Hallo. Welcome back. Sorry, ich weiß nicht was war. Passt schon. Ich muss jetzt mal den HW-Monitor wieder laufen lassen. Ich hab dich ein bissl irgendwie, heißt es. Verteidigt. Der hat den Dorfbewohner angegriffen während... Ja, ich war grad auf dem Berg da, ne? Der hat einfach so trat, wie ein Tombow du gleich bist. Ich glaub. Nicht fair. Ich weiß noch nicht ob das mit dem Dachboden ist. Was? Ja, Lisas PC hat sich gestern aufgehängt. Einfach so. Vor einer nicht. Und jetzt mein, aber mein hat ja davor schon die Probleme gekippt, aber der jetzt echt lange zieht eigentlich nicht mehr. Komisch. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß ja noch an was es liegt. Ich meine es sind Temperaturschwankungen am Dachboden, ja. Aber eigentlich ziemlich langsame. Okay. Ja. Vor allem jetzt wird es ja eigentlich kälter theoretisch, ne? Am Abend. Aha. Ja, weißt du, dass die Temperaturschwankungen einfach... Was weiß ich was? Irgendein Bauteil X auseinanderzogen hat oder was weiß ich was? Darum passt er nicht mehr so gut oder... Keine Ahnung. Wie noch kein Computer. Ach man. Danke. Bin wieder da. Ja. Bin bei der Pferde aktuell. Ja. 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 Anscheinend ist die Spinne noch wieder oben. In die Richtung, wo du ja schon sagst. Ja, die wird dann halt in dem neuen Gebiet erlauben, oder? Ja. Oder ähnlich, oder? Schauen wir mal, wo wir da auch nicht kommen. Ja, schauen wir mal, ob das Gebiet vielleicht eh überhaupt da auch nicht gekommen. Gelevelt ist. Wobei, jetzt sind wir schon 59. Jetzt hätten wir vielleicht dann eh auch eine leichtere Chance in dem Silbergebiet. Oh, das lag jetzt schon nach Sumpf und Spinne und... Oh, warte mal, da ist ein blauer Kristall. Todesfee, 62. Ich glaube, sie hat sich... Ja, sie hat mich gesehen und schießt mir noch. Oh, ein geistiger Gestalt. Oh Gott. Ich hab da einen Kollegen. Ja, wo wir uns Hilfe oder Garten sehen. Ja, mit dem gleiche Move da. Oh, spektralen Staub, das ist auch neu. Oh, das ist der, was wir brauchen. Das brauchen wir für das Auge der Dämmerung. Für unsere Kräste, links oben. Ja, ja. Dann sehen wir gleich recht. Das ist schon neu. 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 Da ist schon neu. Ah, ha. Hallo, man rennt da weiter. Oder was? Das hat sich das vor Ort noch gar nicht gemacht von mir. Oh, Grabstaub, das können wir auch machen. Ja. Ah, Eisnerz. Ey, warte, das ist das, was wir ja schon haben, oder? Ja. Wird vertauscht. Was ist da drin? Oh, makelloses Leder, nehmen wir doch mit. Super. Müssen wir es nicht herstellen. War das denn echt? Nein. Okay, aber der hebt ja fast nix aus. Die heben nicht viel aus. Immer für den Bischof, den Skelettbischof. Weil er war der beschwert. Ja. Gar nix ja noch. Meier bewegt sich so viel. Ja, wieder neue Pflanzen. Aha, Schrägpilz. Jetzt sind wir wieder. Ah, oh Gott. Du laufst voll schnell weg, wenn du vor eurer Angst hast. Okay. Also. Also. Jetzt wiegst du eigentlich allem aus. Ja. Irgendwie. Ey, die Armbrust macht ziemlich risk damage, gell? Ja. Ja, ich hab gerade Angst. Na, 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 na. Okay, heile mich zuerst mal. Oh, meine Schuhe und meine Hose sind hier. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ich muss den. Oh, da muss ich den Baum wohl gar nicht. Um sie reparieren. Kacke. Es wird uns wieder teuer kommen. Ich hab wieder 10 Silber mitgenommen. Heute ist gut. Ja. Oh, Geisterpilze und Geistergarn. Na, da ist wohl Geisterpilze. Ja, aber jetzt machen wir dann eine Temperatur auf dem Prozessor von 60 Grad. 63. Die Grafikkarte hat nicht ganz 80 Grad. Mein Inventar ist voll. RIP. Okay. Dann schauen wir, was wir zämmert. Wirf mal los davon, was du einzelne Stückchen, einzelne Sachen hast. Also. Ja, das da brauchen wir auch zum Beispiel gar nicht da. Ja. Und das brauchen wir auch nicht. Das hab ich einzeln. Hab ich eins. Steine und Tierhaupt brauchen wir auch nicht. Von dem hast du sicher auch vom Spektalstaub. Ja. Keistergarn hast du sicher auch. Mhm. Da Glas. Keisterkristall. Ich tu Geiselstein. Na, hab ich gar nicht. Aber passt schon. Ich hab noch Platz. Ja, ja. Ich hab jetzt auch wieder voll viele Flots frei. So, warte. Dann gebe ich das erst du vorhin aufgesammelt. Glas hast du schon gehört? Ja, Glas habe ich schon hier gekauft. Okay. Glas kann man schon mitnehmen. Ja ... So viel Eisenerz, immer fast schon mehr als in der Mine. Oh, da ist ich glaube die Spinne. Ah, da kriege ich. Schuppen. Oh Gott, die brauchen wir auch. Ja, also ich bin mir männlich ungefähr dort, wo ich jetzt markiert habe. Der Rasiel, der Bauernhof. Putze die Dings ums da. Was ist er? Ja, ist ganz anders. Da oben ist auch eine verfluchte Schleimkröte. Ja, dann ist dort die Kröte jetzt. Ja, die Spinne kommt da oben am Ende vom Weg irgendwo. Okay. Geisterpilze haben wir da. So gut, die kommen wir ja an. Ich mag jetzt mal so eine Kröte besiegen und schau, was die da ist. 62. Oh, da ist schon Nachtlaura hinter mir. Ja. Oh ja. Der macht schon nicht weinig Damage. Doch. Oh, der wollte mich fressen. Das ist Ulti-Time. Ja. Okay, der hätte mich jetzt fast... Wow, da habe ich gerade... Ich habe gerade ein Big Miss Sack gemacht. Die Kröte ist hier. Kommt zu dir. Ja. Er ist dort eh da. Ich habe gerade ihn geschlagen und habe mir aus Versehen hergeholt. Oh. Anstatt einen ab zum Schuss. Ah ja, tut sich drauf. Ah, können wir schuppen von der Kröte oder wer? Ich bin tot. Okay. Hätte voll viel los. Hielt sich da so krass. Au. Aha. Keine. Oder nicht. Ich habe gerade 200 Damage oder 100 irgendwas Damage gemacht. Das hat dann nicht wirklich einen Eindruck. Was er macht. Du hast aber eh voll oft da den Schlag, habe ich das Gefühl. Das ist... Das eine war meine Ulti. Das andere ist mein E. Ah. Das ist das E vom Schwert. Das ist eigentlich so ziemlich nice. Vor allem... Ja, weil es ein... Ja. Ja. Ja, aber mit meiner Tags bricht es halt meistens so ab. Wenn ich drauf schieße. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Weil du das Blutding hast auch noch? Ah, okay. Woos, sonst könnten wir das Bluttrink... ...nach... ...nach... Also die kleine Spinne habe ich vorher gemacht. Aha. Nein, ich höre mich gerade auch noch. Ah, verfluchter Sumpf. Ah, total. Aber da ist ja nichts. Aber da ist ein Viecher. Ein Spuckfrosch, ein Moskito. Aber weißt du, ich bin ein klein vorsichtig bei Valheim. Die guten Warnschock-Moskitos. Oder wie sie gewassen haben. Oh, die schießen. Ja, die hat ja ein anderes Wild da. Achso. Seidenraupe habe ich aufgenommen. Ah, da ist eine instabile Splende. Ja, die war wirklich instabil. Aber ich glaube, die explodiert. Aber die explodiert. Ja, die explodiert jetzt ja noch. Ein Eisenerz. Ah, der kommt aus dem Nichts wieder so ein Wehrwolf-Heine da. Oh, da ist noch ein Feiter. Ja, ja. Oh, was kommt da hinter dir? Ist gut hinter mir. So, das war die Spinne übergespuckt. Aber gut, dass du sie in Charge abbrichst. Ja. Man könnte sich an ihm schon nähern, wenn du willst. Ja. Nimmt Spinne. Er rennt weg. Er erkennt die ernste Lage. Ich glaube, man kann sich an ihm noch nicht nähern. Ja, da ist ein Nachtmarschel Sticks. Oh shit. Da müssen wir uns verpissen. Der ist, glaube ich, zu strong. Oh ja. Du siehst, der zerspalt da. Wer heilt sich hier? Ah, jetzt. Da nähern. Ja. Ja. Oh, der hat 100 marktlose Hautgeber. Nice. Hey, was hast du für ein Pohrer? Hey, ich heil mich. Mit dem Peter, dem Geistespilz oder so. Hm. Wann nochmal? Ja. Ja, das war schon ein guter Erfolg. Oh, da links von uns habe ich irgendwas gesehen. Der Fluch der Wolf. Komm, ja. Da geht's da auf, ja? Ah, er hat's so ein Portal, ja. Oh, gut, dass wir die Sponder haben. Das sieht man aus. Viel wert. Ja. Leider kann man sich wahrscheinlich mit einer Pilze und so nicht zurück teleportieren. Eher nicht, ne? Ja. Dann wird das jetzt wohl erklär ein Ritt. Ja, das, ja. Oh, ja. Oh, ja. Dann... Oh, was war da links? Ein riesiger Bär. Ein verfluchter Bär. Ja, ich bin verflucht weg. Tschüss. Wirkisch der verflucht langsam? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Verfluchtscheiße. Nöö. Was sägern wir doch nicht. Weg da, du langsames Schnecke. Hau da der Racing-Pferd. Ich bin für eine Praktik. Ich bin mit zum Innebacken. Na, lauf, 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 lauf. Oh, fuck. Ich bin noch hängen. Oh, nicht schon wieder. Ich hänge schon wieder. Wo ist der Schatten? Wo ist der Schatten? Wo ist der Schatten? Wo ist der Schatten? Ach, her war er. Oh, hey. Ich bin noch färst. Ich warte jetzt. Ich will jetzt an die Frege. Inso beim Shield. Du hast mir wirklich healen. Nein. Na, jetzt bist du auf 2 schnell wieder zackig unterwegs, gell? Mhm. Aber wenn du so einen Brandpfeil an mir vorbeirgierst bei 120 km. Ich hol dich so nicht. Oh, shit. Oh, nein, es hat mit drauf. Oh, shit, fire, 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 fire. Ja. Es hat nur wieder Abstiege. Du hast ja gar nicht mehr so viel lebt. Mit einem Hei nicht erreicht. Also. Mit einem Hei auf Hei. Irgendwie... Oder auch nicht. ... bin ich gerade in einem Gefangenen, weil ich am Fresser bin. Oh, ich bin dort. Ich bin da fast. Na, 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 na. Bolmschütze. Ja, ja, ja. Bolmschütze. Ja, ja, ja. Oh, shit. Er schießt auf die. Boah, da. 1 HP, hm? 7 HP. Wett, das Pferd parkt schon wieder irgendwann im Raum. Arc 71 schon. Und nix erreicht. Und mir hat schon wieder einen Pfeil drauf. Ey, der wird nicht mit dem Pferd ergreifen. Ich hab leider kein Lerber. Kann dir leider nicht helfen. Gute Ausrede. Nein, ich bin falsch, Gitter. Na, den anderen wollte ich doch gar nicht töten. Warte mal da. Viel zu gefährlich. Ake. Warte. Ja. Ich hab grad einen Pferde-Tuning-Vergleich gemacht. Aber mein jetziges ist zwar nicht das schnellste, aber viel bessere Beschleunigung und Wende. Weiß. Okay. Ich übersetze. Das ist... Ich bin wieder irgendwo angekriegt. Home, sweet, home. Fast. Ja. Irgendwo, sweet, irgendwo. Oh, nice. Ah, der Vincent der Vorspringer ist, oder? Der kleine Rabauke. Okay. Hast du eine Markierung von unserer Hütte angemacht? Ja, die Richtung hab ich nicht markiert. Drum hab ich mich verlaufen, du nicht. Ah ja, genau. Ja. Ich glaub, das ist klar perfekt. Let's see. Die Ringkaterina. Bums. 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 Vielen Dank.